Mit der Startnummer 69 bitte, Hendrik Hain. Und damit herzlich Willkommen zum Bluefield Homework am 26.01.2021. Heute haben wir ein langes M-Rap auf dem Plan. Auch im Warm Up wollen wir uns schon ein bisschen auf die Bewegung fokussieren und schauen, dass wir uns gut aufhören. Das heißt, wir haben drei Runden, vier 90-92 Squats pro Seite. Das Wetter ist ein bisschen komplexer, das heißt, schaut euch gerne im Video an, was wir da sehen wollen. Zehn Press Follow Hold und 20 Steps over your carry pro Seite. Wenn das Wetter gut ist und ihr könnt es vielleicht im Garten machen, geht auch gerne ein paar Stück in die Richtung sonst auf der Stelle. Dann haben wir ein 20 Minuten M-Rap. Vier Kettlebell oder Dumbbell Thruster pro Seite. Natürlich könnt ihr auch gerne den Rucksack nehmen. Wir fangen mit links an. Dann acht Alternating V-Ups und vier Thruster mit rechts. Zum Abschluss 20 Jumping Jacks. Das Workout ist recht lang und wir haben auch zwei Kraftenlugen dabei. Das heißt, gerade wenn ihr ein schwerer Kettlebell habt, schaut, dass ihr gerne zwischendrin mal durchschnauft, dass ihr trotzdem saubere Wiederholungen sammelt. Die Jumping Jacks, je nachdem, wie gut ihr ins Workout reinkommt, vom Tempo her pushen oder so ein bisschen nutzt, um auch da mal durchzuschnaufen und die einfach gut durchzulegen. Ich bin gespannt auf eure Scores. Gebt Gas und wir mal dran denken. Hashtag Stay Blue. a. 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 G. A. G. Bis zum nächsten Mal.